. Uh, 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 uh... Ah... Natascha. Du bist eine wunderbare 10%-Frau. Die anderen 90%, die sind ein meiner Fantasie. Natascha, du bist meine SPD-Fee, und bevor ich mit dir in eine Koalition geh' und endlich mal parteipolitische Ansätze seh', da will ich, dass du dem Habeck sagst, dass zwischen uns beide kein Blatt Papier passt! The Politics, meine Damen und Herren! Hey, The Politics! Serdar, wo du gerade da stehst. Können wir den, ich hab, Dennis wird total sauer auf mich, weil ich hab den falschen Gang gemacht. Ey, dir fällt grad der Sender auch so, Hose, Alter. Dennis, boah, ich mach alles falsch. Sieht süß aus. Warte, ich geh' den Gang nochmals. Warte, warte, lass uns, warte, wir gehen noch mal zurück an die Natascha-Stelle, fangen mit der Musik an, ich überspringen das Lied. Es war jetzt nicht so gut, oder? Aber gut. Dann sing ich eins auf dich, okay? Wir machen's jetzt mal auf Christoph in der homosexuellen Version. Ist's gut? Christoph, du kleiner Cicero. Ich lieb' dich so. Ach komm, das ist albern. Friedrich? Ja, mein Schatz, läuft alles sehr gut, nur Christoph hatte ziemlich zu Anfang der Sendung das dänische Modell rausgehauen. Da hast du sauber durchgeschlafen, so kennen wir dich. Vielleicht jetzt, bevor die Sendung zu kurz wird, fragst du noch mal danach. Okay, das ist der Minimal Correctness, ich frage ihn. Immer gerne meinen. Jinkis. Warte, warte, warte. Christoph. Ja. Du hast eben das dänische Modell erwähnt. Wow. Wow. Krassすごい. Untertitelung des ZDF, 2020